Hallo, hier ist Frank, der Entspannende zwischen Nierstein und Oppenheim in den Werlenbergen. Und ich blicke gerade so Nord-Nordwest etwa. Da hinten ist das Selztal mit den beiden Windrädern. Es ist Selzen und ich schwenke hier rüber. Da ist der Turm, das war von Schwerburg-Schwabsburg zu sehen. Rechts rüber weiter sieht man dann noch ein paar Windräder. Und dahinter sind die Hochhäuser von Mainz-Lerchenberg mit dem ZDF auch. Weiter rüber, das ist übrigens der Taunus. Und wenn wir hier weiter rüber schauen, dann ist hier der Wartturm von Nierstein, Nierstein selbst, der rote Hang, der Rhein. Natürlich ist da der Taunus mit dem großen Feldberg da oben. Rechts rüber schwenke ich dann und da ist dann auch die Skyline von Frankfurt zu sehen. Noch ein Stückchen weiter, da binget dann so die Rheinebene in Richtung Süden. Da unten liegt irgendwo Oppenheim. Ich blicke da mal weiter rechts und da ist der Odenwald auf der anderen Seite der Rheinebene. Und da vorne ist dann auch wieder der Rhein zu sehen. Rechts rüber, die Kühltürme von Biblis. Und wenn wir weiter schränken, so schwenken hinter den Autos. Da ist woher. Und da ist es, woher. Und da ist es, woher. Und da ist es, woher.